Heute ein ganz brisantes Thema und zwar Immotomi, was da passiert ist. Vor einigen Monaten, nach dem Statement von Immotomi auszugehen, ist wohl im Mai irgendwann mal der Stopp Spiegel oder Stern auf ihn zugekommen und wollte ein Interview haben. Der Bericht startet erstmal damit und jetzt kommt das Ding. Herzlich Willkommen zu einer nächsten Immoluschen Podcast Folge. Heute ein ganz brisantes Thema und zwar Immotomi, was da passiert ist. Genau. Schieß mal los. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, Leon. Und zwar, ich skizziere mal ganz grob. Und es geht auch gar nicht darum, wirklich in alle tiefen Details einzusteigen, sondern es geht darum, den Fall mal zu skizzieren. Immotomi ist ein Influencer, das ist ja allgemein bekannt, ein sehr großer auch. Und der hat natürlich über seine Reichweite dann irgendwann auch begonnen, Immobilien zu vermarkten, Immobilien zu vermitteln. Und das hat natürlich auch ganz gut funktioniert, so wie ich das einschätze. Von außen, ob die Zahlen jetzt alle stimmen, haben wir nicht überprüft, ist auch gar nicht relevant hier für diesen Talk. Also, wir sagen mal, sehr erfolgreich. Dann vor einigen Monaten, nach dem Statement von Immotomi auszugehen, ist wohl im Mai irgendwann mal der Stopp Spiegel oder Stern auf ihn zugekommen und wollte ein Interview haben. Und natürlich, klar, warum soll er Nein sagen? Aus seiner Sicht, er hat nichts zu verbergen und ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Alles cool. So, und laut seinem Statement, und ich werde auch gleich hier ganz klar zeigen, was da Spiegel abgezogen hat, beziehungsweise Spiegel oder Stern abgezogen hat, dass das Methode ist. Ja, das ist Methode. So viel sei schon mal an der Stelle gesagt. Weil wir wollen ja so ein bisschen Behind-the-Scenes machen und sagen, was läuft da hinter den Kulissen ab? Wie funktioniert das? Wie wird mit Daten agiert? Wie gehen die mit Daten um? So, und der Immotomi ist, und das kann man ihm an der Stelle auch nicht für übel nehmen, ist volle Pulle ins Messer gelaufen, aber volles Rohr. Ja, der ist richtig ins Messer. Und das Messer war offen, aber hinter einem Karton. Also das war so wirklich richtig deep, dark, feindselig. Ja, deep, dark, feindselig. So, und zwar folgendermaßen. Ganz unverfänglich, hey, was machst du da, was ist denn eigentlich dein Business, Modell und so weiter. Und Immotomi hatte an dem Tag wohl eine AP-Uhr an, eine Udema PK. Okay, und da ist natürlich auch direkt drauf gegangen worden, hey, was ist denn das für eine Uhr und bla bla bla. Und jetzt mal so ein ganz persönlicher Kommentar. Also wenn ich den Immotomi, den ich persönlich nicht kenne, zu dem ich keine geschäftlichen Verbindungen habe, du nicht und ich nicht, um das auch ganz hier klar mal ganz deutlich zu sagen, ich kann ihn nicht beurteilen, ich habe eine Meinung, eine Einschätzung. Und ich glaube, das ist ein Junge aus dem Leben, der hat das Auf und Ab des Lebens erlebt und er hat, ich sage mal, einen Weg gefunden, wie er im Leben erfolgreich sein kann und hat was draus gemacht. So, das ist erstmal meine ganz nüchterne Einschätzung. Und zwar völlig unabhängig, ob ich jetzt jedes Video mag oder nicht mag, ist es dabei völlig egal. Er hat einfach was aus seinem Leben gemacht, Punkt, Ausländer. Und dann, und wie gesagt, ich zitiere aus seinem Statement, dann wurde er, weil vor der Tür wohl ein Neunilver stand, ein Porsche stand, war hier, ist das deiner? Ja, also das heißt, es ist immer so in diese Nummer rein, sag mal, geldgeiler Influencer. Ja, also das Motto, der will, der ist auf Kohle aus. Und in dem Statement kann ich schon erkennen, dass er schon auch angetitscht ist, also angeschlagen, angetriggert ist. Das ist ein Familienvater, der hat drei oder vier Kinder und der engagiert sich auch für seine Familie. Und ich glaube, Geld ist eine Sache, die natürlich jeden heiß macht, das ist doch vollkommen klar. Also wenn du einmal im Business drin bist und du merkst, hey, der Rubel rollt, die Post geht ab. Also es kann einem ja keiner verübeln, dass man seine Möglichkeiten, die man sich schafft, auch nutzt. Ja, das sind auch meistens dann, das kommt ja von unten nach oben sowas. Ja, also Neid oder Bewunderung oder was auch immer, ist klar, ist ja immer irgendwas, was von unten nach oben kommt und nicht von oben nach unten. Genau. So, jetzt müssen wir natürlich mal eine Sache, jetzt müssen wir natürlich eine Sache mal direkt hier klären. Weil was hier abläuft, ist Methode bei den Zeitungen, ja. Also das ist wirklich Methode, ne, also ob das jetzt die Corona-Phase war, ob das generell Dinge im Leben sind, die passieren. Und die Frage ist, was ist die Absicht, die die Zeitung, beziehungsweise das Medienorgan an der Stelle, was war die wirkliche Absicht? Nicht die offensichtliche, nicht das, was sie ihm gesagt haben, sondern was war die versteckte Absicht dahinter? Und ich sage euch, die versteckte Absicht dahinter war, den liefern wir hier ans Messer. Den nehmen wir auseinander. Da gebe ich Brief und Siegel drauf. Ja, und vor allem natürlich und generieren damit Klicks, Aufsehen, weil am Ende verdienen die ja Geld damit, ne? Also nochmal, wir müssen uns ja eine Sache bewusst sein, eine Zeitung verdient kein Geld damit, zu sagen, dass Emo Tommy ein ganz super, sauberer, lieber netter Kerl, ein toller Familienvater ist, der sich einfach aufgrund seines Erfolges eine Uhr leisten kann, die sich sonst keiner leisten kann. Das ist mit Sicherheit nicht das Bild, was die Zeitung versucht zu skizzieren. Und mit Sicherheit im Übrigen auch nicht irgendwelche Konkurrenten und ich würde fast eine Wette abschließen, ich würde fast eine Wette darauf abschließen, ich sage es nochmal, eine Wette darauf abschließen, dass mit Sicherheit irgendjemand im Dunstkreis von Emo Tommy oder aber irgendwie ein Konkurrent oder ein Widersacher oder sonst irgendwer, da seine Finger mit im Spiel hat und versucht hat, sagt, pass mal auf, ich wiche dem irgendeinen aus. Ja, also sozusagen Emo Tommy ist einem anderen in irgendeiner Weise ein Dorn im Auge, weil in der Regel kommt jetzt so Spiegel oder Stern oder was die alle heißen nicht von alleine auf so eine Nummer, sondern die kriegen ja irgendwelche Hinweise, irgendwas kommt da hoch und so weiter. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da, wobei natürlich bei der Größe jetzt von Emo Tommy, keine Ahnung wie viele Follower hat er denn, 1, 2 Millionen oder so, ist er natürlich so oder so ein interessantes Objekt in dem Sinne. Absolut, definitiv. Womit man sich mal beschäftigen kann, sagen wir es mal so, aber ganz kurz zu dem Punkt, das ist ja im Marketing und das ist ja auch wichtig, weil das, was da publiziert wird, muss ja vermarktbar sein, weil ansonsten generiert es ja kein Aufsehen, keine Klicks, kein Geld etc. Und Drama, negative PR ist natürlich immer viel publizierbarer im Sinne von Reichweite zu generieren als positive News. Wenn du jetzt beispielsweise im kleinen Kreis in der Nachbarschaft mitbekommst, die haben, weiß ich nicht, die haben ein super erfolgreiches Business, also eine erfolgreiche positive News oder dein Nachbar war im Knast. So, was spricht sich jetzt schneller rum? Natürlich, ganz klar. Du kannst auch sehr schnell, Leon, jemanden, ich mache es jetzt mal nicht, wir können es gerne am Emo Tommy an dem Beispiel mal festmachen. Schau mal, da geht jemand hin, der hat während seiner Corona-Phase, wie viele andere auch, mit Sicherheit irgendwo in einem Loch gehangen, ja. Also nicht wohnlich in einem Loch, sondern in einem Loch des Lebens oder was auch immer, ja. So, und jetzt kommt so die Story, wenn die Überlieferung stimmt, kommt der Sohnemann und sagt, Papa, lass doch mal irgendwie ein paar Videos machen oder irgendwas, ja. So ist ja die Story dahinter, ne. So jetzt mal zumindest flach erklären. So, und jetzt ist es natürlich nicht geil, wenn wir sagen, oh, da ist so ein Influencer, dem sein Sohn hat ihn auf den Influencer-Trip gebracht. Er hat ja eine ganz tolle Erfolgsstory, also aus jemandem, der sich Wissen angeeignet hat, der in der Praxis was angewendet hat, der die ersten Immobilien gekauft hat, der sich ein Vermögen geschaffen hat, der mit Sicherheit auch durch einige Täler und auch, sagen wir mal, Vielschläge gegangen ist, das ist natürlich nicht so geil. Weil das wäre ja die amerikanische vom Tellerwäscher zum Millionär-Story, die funktioniert ja hier in Deutschland nicht so geil, ne. Ja, sondern aus dem mache ich jetzt ja im Handumdrehen, im Handumdrehen mache ich aus dem einen Easy-Abzocker. Aber ganz, ganz easy, ganz schnell. Und das ist dann wieder etwas, wo dann so dieses typische Deutschland sofort auf die Barrikaden geht, ne. Das arme Volk wird betrogen und beschissen und das sind hier, da sind sie wieder, die Übeltäter, die Reichen, die Vermögenden, ja, die hier auf dem Nacken der armen Leute bla 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 machen. Was natürlich auch hier passieren kann, da draußen, dass das so ist, also wir wollen ja jetzt hier nicht pauschal für die Reichen oder für das normale Volk sprechen oder so. Natürlich gibt es das mit Sicherheit auch, aber nicht pauschal. Absolut, ganz kurze Randnotiz dazu. Der Punkt ist natürlich, der Immobilienmarkt ist natürlich ein prädestinierter Markt dafür mit, ich sage mal, einer extrem hohen Hebelwirkung. Das heißt, ich mache etwas, Immobilien vermitteln und so weiter und das heißt, ich kann unheimlich in der schnellen Zeit viel Kapital, viel Vermögen hebeln und durch das Vermitteln gleich sowieso, ja. Also das geht halt schon, ne, so und da muss man jetzt auch, unabhängig von Immobilien und anderen, da muss man jetzt auch nicht High Intelligence für sein, ja, durchschnittlich intelligent, ein bisschen straßenschlau und clever sein und dann kann da schon richtig viel in Bewegung kommen, ja, das muss man einfach mal so sagen. Folge dessen ist es natürlich vollkommen logisch, dass da auch Typen am Start sind, die eben nicht eine nur helfende Absicht haben und sagen, Mensch, ich habe es geschafft und du kannst es auch schaffen, nur mit dem Unterschied, dass ich dir nicht die Immobilien verkaufe, die ich gekauft habe, sondern ich verkaufe dir halt irgendwas anderes. So, das mal nur so by the way. Und damit sind wir auch jetzt bei dem zweiten Teil des ganzen Spiels, nämlich Spiegel, Stern, NDR, wie sie alle heißen, die jetzt sozusagen mal auf dieses Ding aufgesprungen sind. Ja. Die hatten, also jedenfalls der Initiator von der ganzen Nummer, der hatte auf jeden Fall schon was in der Hinterhand. Okay. So, und jetzt muss man sagen, dass Immutomi nach eigenen Aussagen wohl, ich sage bewusst wohl, gesagt hat, es sind 500, irgendwo 500 Immobilien gewesen, das habe ich nicht überprüft und das muss ich auch gar nicht. Fakt ist, hier wurden in dem Bericht konkret acht Menschen herausgepickt. Also acht Parteien, acht Personen. Und der Immutomi hat auch, finde ich, für mich sehr glaubwürdig ein spezielles Objekt dargestellt, was aber von denen nicht gezeigt wurde. Das Objekt von außen. Mhm. So, und jetzt will ich noch eine Sache sagen, die mir, und da fange ich schon an, ganz, ganz deutlich an zu grübeln und da gehen bei mir die Alarmlampen an. Wenn Personen, und ich habe mir gerade vor dem Podcast noch NDR angeschaut, ja, wo es auch publik gemacht wurde, bei mir gehen die Alarmlampen ein an, wenn beteiligte Personen nicht konkret benannt werden, nicht konkret gezeigt werden und ich die nicht sehen kann, sondern die so vermilcht werden, ja. So, hey, pass auf, jemand, der nicht in der Lage ist, Ross und Reiter konkret zu benennen, aus welchem Grund auch immer, ist schon was faul. Da ist schon was faul. Ist ganz klare Aussage, ganz klar. Und da stehe ich auch dazu. Da ist was faul. Also, das heißt, da wird irgendwas konstruiert oder aufgebauscht. Was auch immer. Und ich sage euch genau, wie es funktioniert. Ich sage euch genau, wie das abgelaufen ist. Und vielleicht ist Emotomi … Und nochmal, das ist jetzt deine persönliche Meinung. Meine persönliche Meinung und Einschätzung, ja. So, und natürlich auch basierend auf 38 Jahren Immobilienmarkterfahrung, okay. Ich sage es ganz genau … Da kannst du ja gleich auch nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Absolut. Ich sage es genau, wie es gelaufen ist. Und vielleicht wird Emotomi sogar, vielleicht ist er bereit oder hat Lust oder was, bei unten drunter zu kommentieren und sagen, ja, so oder zumindest sehr nah dran ist es auch gelaufen. Ja. So, Emotomi, jetzt mal ganz kurz. Lassen wir mal kurz außen vor. Also, der NDR hat jetzt hier skizziert, acht Leute. Hier wurde ein Betrag aus dem Kaufvertrag heraus … Also, es wurden Immobilien verkauft. Diese Immobilien sind Jahre zuvor viel, viel günstiger gekauft worden oder Monat und was auch immer. Und dann wurde natürlich das Ganze, sagen wir mal, durch Renovierung etc. prospektseitig aufgewertet. Und end of the day sind aber da Renovierungen nicht gemacht worden, Versprechungen wurden angeblich, sagt bewusst angeblich, nicht eingehalten worden. Und dann wurden die Immobilien verkauft, teilweise nicht besichtigt und so weiter und so fort. Und unterm Strich gesehen ist dann natürlich der Deckel in Brand gegangen, was ja auch klar ist. Weil, wenn du 500 Immobilien verkaufst und du hast Partner am Start, wo du nicht genau 100% weißt, ob alle wirklich ganz integer sind, ganz, ganz sauber arbeiten, ob da vielleicht der ein oder andere sagt, oh, hör mal, auf dieser Welle, die Emotomi hier gerade surft, ja, da surfe ich gerne mit. Und du weißt, wie es ist, selbst bei Mitarbeitern in der Firma, ja, wie schnell wir da auch mal den einen oder anderen an der Hose haben, den du, wenn du da nicht aufpasst, ganz schnell an der Hacke hast, ja. Und verstehst du, die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen, die Absichten versteckt oder offen, die alle auf dem Schirm zu haben, wenn du im Business bist, ist auch kein Kindergarten, ja, das ist auch nicht einfach. 100%, ja. Muss man aber ganz klar so sehen, ja. So, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, hier sind natürlich Dinge falsch gelaufen. So, und hier ganz persönlich habe ich selber erfahren, ich habe in den 90er Jahren auch mit einem Bauträger, Projektentwickler zusammengearbeitet, Aufteiler, ja. Ein super Typ, ein super cooler Typ, ja, der hatte sich, der konnte sich verkaufen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ja. Wir haben alles geprüft, Prospektprüfung, Kaufverträge, alles sauber geprüft. Und am Ende des Tages hat er die Dinge nicht ausgeführt, wie er sie hätte ausführen sollen. Ja, so, das ist einfach sauber. So, jetzt stelle ich mal die Frage, also zum Thema Werte, Moral, Ethik und so weiter, ja, ist das jetzt geil, wenn ich ein Interview führe, ja, und ich weiß, ich habe eigentlich acht Leute und ich will dich eigentlich zur Strecke bringen und sage dir nicht, was eigentlich meine Absichten sind. Ist das geil? Das ist genauso wenig cool, ja. Also, das sind einfach Tricksereien, die nicht sexy sind. So, und der Immo-Tommy ist genau in so ein Ding reingelaufen. Riesenpotenzial, viele Interessenten, viele, die es ihm nachmachen wollen. Und glaub mir eins, glaube mir eins, ich habe in den 90er Jahren jeden Monat ein Seminar gemacht, wo 30, 40, 50, 70 Leute drin gesessen haben. Und die waren alle heiß wie Frittenfett, die hatten alle Bock, Immobilien zu kaufen, weil sie alle Gier, Frist, Hirn in der Birne hatten, weil sie Immobilien kaufen wollten, weil sie schnell reich werden wollten, ja, so. Und wir hatten die Immobilien, wir hatten die Projekte, so, und natürlich haben die Leute gekauft. So, und jetzt wird aber der Spieß umgedreht und jetzt kommt ein ganz wichtiger Faktor. Und das ist so erbärmlich in unserer Gesellschaft, das ist so erbärmlich. Ich renne sehenden Auges in die Scheiße rein, ich passe nicht auf und dann schiebe ich die Schuld an jemand anderen, der schuld ist. Also, erstmal nur mal zum Thema Eigenverantwortung. Ich hätte mal ohne Probleme mir mal einen Vertrag anschauen können. Ich hätte ohne Probleme sagen können, pass mal auf, ohne dass ich eine Immobilie nicht sehe. Und das kann man heute in ganz einfachen, simplen Checklisten im Internet lesen. Schau dir nur das an, was du auch gesehen hast. Kauf nur das, was du auch wirklich gesehen hast. Also bitte, wer hat jetzt die Verantwortung? Die Verantwortung hat einen Berater natürlich per se. Natürlich muss er den Menschen vernünftig informieren. Das ist doch gar keine Frage, das ist überhaupt gar keine Diskussion. Aber ersetzt das die Eigenverantwortung? Ersetzt das die Eigenverantwortung, wenn ich mich in 800 Auto PS reinsetze und Kette, also nicht Kette, sondern Vollgas drehe, im sechsten Gang richtig Gas gebe, dass der Reifen platzen kann? Natürlich kann der Reifen platzen. Dann musst du mal ein bisschen dein Hirn einschalten, Mann. Das ist eine völlig normale Sache. Und genauso ist das, wenn du einen Kaufvertrag über 350.000 Euro unterschreibst, dann musst du doch mal durchlesen, was du da unterschreibst und vor allen Dingen mal abchecken, was da eigentlich los ist. Also wirklich, mir geht es richtig gegen den Strich, dass für mangelnde Eigenverantwortung ausschließlich andere Menschen verantwortlich gemacht werden, aber die Person nicht selber. Der musste mal als allererstes in den Hintern treten. So, jetzt wollen wir aber natürlich eine Sache nicht ausblenden bei der ganzen Geschichte, weil, weißt du, immer der andere ist schuld. Ich weiß genau, was du zu 100 Prozent, das muss auch mal gesagt werden, da muss auch mal Platz für sein. Ganz klar. Weil wir sind ja Leute, jetzt keine Typen, also wer uns besser kennt, weiß das, wir sind keine Leute, die hier irgendwem Honig um den Mund schmieren oder so. Am Ende des Tages ist er natürlich nicht aus der Verantwortung als Berater, wie du es richtig gesagt hast. Er muss natürlich auch auf seiner Seite prüfen, dass er da die richtigen Dinge vermarktet, empfiehlt, etc. Auf der anderen Seite aber, und das war der entscheidende Satz, und der wird hier groß geschrieben, ersetzt das nicht die Eigenverantwortung. Und das bringt es eigentlich perfekt auf den Punkt. Weil schau, das Ding ist jetzt, jetzt könnte man das Kryptofass aufmachen und so weiter. Schau, das Ding ist ja eins, und das war schon immer so. Also, Gier frisst Hirn. Punkt. Ja, ich könnte, ich kann mich noch gut erinnern, Telekom-Blase, beziehungsweise die Tech-Blase um 2000 herum. Dotcom. Dotcom, also was da alles gelaufen ist, ne. So, und ich weiß noch ganz genau, ich habe damals einem Kunden gesagt, der hatte Telekom-Aktien. Und der hat richtig Geld verdient. Damals EMTV, ja. Über Umwege ist es heute Sky. Sky, ne, also Sky hat das Ganze irgendwo dann irgendwann mal übernommen. Aber das Ding ist, da sind Leute mit 10.000 Mark Millionäre geworden auf dem Papier. Und ich weiß noch, ich habe mit einem Kunden gesprochen, ich sage, der hatte irgendwie damals, ich glaube eine halbe Million, dreiviertel Million auf dem Zettel. Und ich sage, hau die Scheiße weg. Verkauf es jetzt. Ne, ne, das geht noch weiter. Ich sage, hau es jetzt weg. Gut, das ist ja jetzt, es kann ja auch genauso gut anders passieren, ne. Absolut. Es ist bei, keine Ahnung, wenn wir jetzt über Bitcoin reden, es kann natürlich auch sein, dass der Bitcoin, also es gibt ja immer beide Seiten. Absolut. Ich will nur damit sagen, ich will nur damit einfach sagen, Gier frisst Hirn. Das soll das eigentlich nur unterstreichen. Ja, 100 Prozent, ja. So, ne, Gier frisst Hirn. Und so ist es in der Immobilienwelt natürlich genauso. So, und jetzt gehen wir das Spiel mal gerade weiter. Das heißt also, der Immutomi, der hat natürlich gesagt, pass auf, und das ist völlig in Ordnung, create your business, create your life, ist eine total coole Sache. Das heißt, ich habe hier eine absolute coole Base und du kannst ja davon ausgehen, wenn du so viel Fame aufgebaut hast, wie ein Immutomi, gehe ich mit dir jede Wette ein. Der ist tagtäglich von allen möglichen Leuten belagert worden, die mit ihm Business machen wollen, ihm coole Geschäftskonzepte gezeigt haben. So, und natürlich sagt der Mensch, ich kann doch meinen Einfluss, nennen wir es mal so, ja, meinen Einfluss doch nutzen, um mir echt noch krasseres Business aufzubauen. Was ist das, worauf heute alles aufbaut? Wer eine Personenmarke, monetarisier die Personenmarke, ist doch voll legitim. Jeder muss doch gucken, was er aus seinem Leben aufbauen will. Und hier kommt aber jetzt das Problem. Genau da ist das Problem. Das heißt, deine Sexiness wächst. Und der Punkt ist, und das habe ich zum Glück jetzt im Laufe von über 38 Jahren dann auch langsam mal gecheckt, ja, also bei mir hat es ein bisschen gedauert, sage ich ganz ehrlich. Und ich bin in ähnliche Fallen wie der Immo-Turm mir auch reingelaufen, ja, und ich habe auch richtig schön in die Fresse gekriegt, gar keine Frage, weil erstens Nachsichtigkeit, ja, das heißt also Nachlässigkeit, Nachsichtigkeit. Das heißt, du guckst halt nicht ganz genau hin, was sind das für Vögel. Punkt Nummer eins. Was haben die für einen Track Record? Also wie gut haben die wirklich in der Vergangenheit gearbeitet? Wie sauber haben die gearbeitet? Also verstehst du, da ist auch ein bisschen Tempo drauf. Das soll auch alles keine Rechtfertigung für die Fehler sein. Ich will nur damit sagen, behind the scenes, was läuft da wirklich ab? Also da ist schon jede Menge Tempo drauf. Da schreien ohne Ende Leute, sagen, ja, ich will kaufen, ich will kaufen, ja. Und die anderen sagen, ey, boah, komm, ey, wir haben hier richtig Munition, um zu verkaufen. Und da hat der Immotomy mit Sicherheit den ein oder anderen Fehler gemacht, dass er nicht genau hingeschaut hat, dass er nicht genau geprüft hat, was da wirklich Sache ist, ja, und ob das alles wirklich dann in der Realität, also in der Praxis sehr, sehr stabil, sehr, sehr sauber, sehr, sehr ordentlich läuft. Und das ist es mit Sicherheit zumindestens mal nachweislich laut seiner eigenen Aussage. Bei diesem einen Objekt hat das nicht funktioniert. So, jetzt sagt er, aber ganz ehrlich, hey, pass auf, ich will es nicht runterspielen. Ich mache das, ich gucke mir das an, ich gehe da drauf, wir sind auch schon da drauf, wir machen diese Dinge wieder gut. Und am Ende des Tages jetzt 8 aus 500 oder 400 oder 300, wie viele es auch immer sein mögen, rauszupicken, kann man machen, keine Frage. Die Frage ist halt, geht der Flächenbrand weiter, dann würde natürlich der Immotomy ziemlich in der Scheiße stehen, das ist gar keine Frage. Weil er ist natürlich derjenige, der den Dreck abkriegt und das ist halt immer, wenn man der Vermittler von etwas ist oder der Redelsführer oder der Anführer ist, das muss einem ... Das Risiko kauft man mit. Das muss einem leider natürlich klar sein, dass das so ist, aber nochmal zurück zum NDR, Spiegel, Stern, wie sie alle heißen. Ich will auch hier keine Zeitung in irgendeiner Weise, sagen wir mal, ungerecht oder ungerechtfertigt ... Ja, also wir nehmen hier keine, ganz neutral unsere Ansicht fertig. Wie es ist, so ist es, ja. Und ich sehe die Dinge so, wie sie sind, ja. Und Fakt ist, dass natürlich hier an der Stelle ein Bild gezeichnet wurde und das ist der leider ganz miese Trick von Presse. Der miese Trick ist an der Stelle, erst mal die Person zu diskreditieren. Und das funktioniert übrigens nicht nur bei einem Immo-Tommy, sondern das funktioniert auf allen politischen Ebenen immer gleich. Das ist das gleiche System, was immer auf Diskreditieren auf die Person drauf. So, und das Bild Immobilien-Business plus AP, Porsche und so weiter Erfolg, obwohl es ja noch nicht mal sein Porsche war. Also er hat ja ganz klar denen gesagt, das ist nicht meiner. So, und damit startet übrigens auch, liebe Leute, guckt es euch an, ja. Genau damit startet der Bericht. Der Bericht startet erst mal damit, und jetzt kommt das Ding, Zweifel säen. Ja, das heißt, oh, da kann ja irgendwas nicht stimmen bei der Person. Zweifel säen, Unsicherheit produzieren, ja. Und Klischees bedienen, schön Klavierchen spielen. Das war Nummer eins. Und damit war die Party der Drops schon gelutscht. Also das heißt, jeder, der jetzt nicht einigermaßen genau hinschaut, was da passiert, hat den Tommi schon gefressen. Ja. Der war schon durch. Und dann kam erst der Rest. Damit war das Thema vom Tisch. Das heißt, der war schon auf dem Scheiterhaufen, beziehungsweise der lag schon auf dem Brett, wo die Guillotine schon runterfällt. Und dann kommt das Zeug, und ich sage jetzt mal ganz offen, ohne jetzt den acht Menschen, die da Probleme haben oder wo irgendwas nicht glatt gelaufen ist, diese Dinge, also wenn eine Sanierung nicht fristgerecht oder ordentlich erledigt wurde, hey, dann lassen sich solche Dinge natürlich regeln. Punkt Nummer eins. Ob das nachher entschädigt wird oder Kaufpreisrückerstattungen, die da gemacht werden können und so weiter. Nur mit Stress und mit Zank und mit Streiterei und jetzt auf den drauf zu gehen, ist es auch nicht getan. Es kann natürlich sein, es kann möglicherweise sein, dass natürlich die Leute versucht haben, da mit den einzelnen beteiligten Firmen, die in irgendeiner Weise unter dem Segel von Immo Tommi da praktisch ein bisschen Wind geatmet haben oder in Fahrt gekommen sind, dass die Leute natürlich versucht haben, da Gespräche zu führen oder das mitzuteilen. Und die sind in Deckung gegangen, was auch übrigens ein typisches Verhalten wäre, dass da Leute in Deckung gehen und die dann gesagt haben, okay, jetzt gehen wir mal zur Presse. Weil wir kommen hier nicht weiter, was durchaus natürlich legitim ist, keine Frage. Ob es die Lösung ist, ist eine andere Sache. Weil das bringt halt nichts, wenn du einen in die Pleite treibst oder auf den Scheiterhaufen wirfst und hängst aber trotzdem noch auf dem Mist fest. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende des Tages ist es ganz einfach so, dass da mit Sicherheit in der Lieferkette von Immo Tommi mit Sicherheit ein paar Sachen nicht glatt gelaufen sind. Gesteht der aber auch ein. Also fand ich, hat auch keine andere Wahl. Hat auch keine andere Wahl. Also er gesteht das ein, dass da wahrscheinlich irgendwas schief, nicht wahrscheinlich, sondern schief gelaufen ist. Er sich auch von Leuten getrennt hat, gesteht da auch ein und sagt auch ganz klar, haben wir schon festgestellt, aber das ist ja alles schon Monate alt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die Bombe ist ja jetzt erst hochgegangen, Monate später, also von Mai bis August jetzt. Da müssen wir mal diese Range. Wir haben jetzt August 2024. Also das heißt, da ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen in diesem ganzen Thema. Und end of the day ist es ganz einfach so, dass der Immo Tommi aus meiner Sicht, zumindest von seiner Persönlichkeit her, in so eine kleine Falle gelockt worden ist, in die er auch leider Gottes reingetappt ist. Und auf der anderen Seite das Handling der tatsächlichen Probleme, also dass die Kunden das bekommen, was ihnen geliefert wird, das wurde aus irgendeinem Grund nicht sauber, safe, super, ordentlich abgearbeitet. Das muss man auch ganz klar sagen. So, finaler Punkt an der Stelle ist, aus meiner Sicht, erstens, egal was passiert, wenn man Immobilien kaufen möchte, gehört dazu natürlich ein guter Berater, keine Frage. Dazu gehören vor allem natürlich transparente Zahlen und dazu gehört aber auch ein großer Funke an Eigenverantwortung. Also wenn du Aktien kaufst, wenn du Kryptos machst, wenn du Immobilien kaufst, dann unterschreibst du. Und derjenige, der unterschreibt, hat die Verantwortung unter seinem Vertrag, weil er hält die Rübe hin. Das ist ja wie das Steuerberaterthema, wenn du als Unternehmer beispielsweise einen Steuerberater hast, nur weil der Steuerberater Fehler macht, heißt das nicht, dass der in der Verantwortung sitzt, sondern das bist du als Unternehmer. Genau. Jetzt kommt aber die zweite Betrachtung, um das nochmal kurz zu wiederholen. Die zweite Sache ist natürlich, ist arglistige Täuschung da? Ist wirklich den Tier, ist Betrug oder Beratung oder sonst irgendwas? Ich sag mal, wenn ich den Umutomi so sehe als Typ, ja, dann sag ich, ich kann mir das schwer vorstellen, dass der wirklich die Absicht hatte, die Leute über den Tisch zu ziehen, kann ich mir nicht vorstellen. Das würde ich mir auch an seiner Stelle nicht anhängen. Ich würde mir nur sehr, sehr gut überlegen, weil mit einem Anwalt alleine wird er diese Kuh nicht vom Eis kriegen, weil er braucht einen guten PR-Berater. Er braucht gute Leute an seiner Seite, die vor allen Dingen das Game ein bisschen besser verstehen. Und am Ende wissen wir natürlich auch nicht, was wirklich, also hinter den Kulissen, ob es jetzt so war, arglistige Täuschung, du hast das gerade gesagt, auch das. Wir glauben es nicht. Also nicht bei ihm. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein paar Typen am Start in diesem ganzen Konglomerat oder Netzwerk, dass da ein paar Typen dabei waren, die jetzt ein bisschen gesagt haben, komm, hier können wir schön abräumen, hier können wir schön Geld verdienen. Am Ende des Tages ist es normal. Also Schrottimmobilien gibt es leider. Das ist wirklich so. Und das ist aber jetzt nicht erst seitdem. Das gibt es schon 80er Jahre, 90er Jahre. Also da ist die Immobilienwelt ist voll davon. Ja. Ja. Weil es um einen Geldbetrag geht, innerhalb eines Kaufvertrages, der an den Immotomi, also ich sehe natürlich nicht Immotomi, ist klar, sondern Tommislav, glaube ich, heißt er, überwiesen wurde. So. Und das wäre, und da ist der Anwalt dann schon direkt auf abgegangen. Das ist es. Also wenn ich das schon wieder höre, ja, würde ich sagen also nochmal. Und der Punkt ist, in einem Kaufvertrag steht am Ende des Tages, wer oder an wen irgendwelche Gelder zu fließen sind. Was auch immer das ist, ob das eine Projektmanagementgebühr ist, ob das eine Provision ist, ob das eine Teilsumme ist, das ist eigentlich voll, also werthaltig oder nicht werthaltig, ja. Also manchmal muss ich wirklich ein bisschen schmunzeln, ja. Also diese Dinge sind, ich will sie nicht als normal abtun, ja. Aber am Ende des Tages ist natürlich, wenn ich solche Sachen mache, also wenn ich von einem Vertrieb eine Immobilie kaufe zum Beispiel, ja. Dann hat die natürlich einen anderen Wert und auch einen anderen Endpreis, also inklusive Provisionen und so weiter und so fort. Das ist nun mal einfach so. Aber, nun mal so als kleiner Gegenvergleich, und ich will das damit auch überhaupt nicht abmildern, aber wenn du ein Auto kaufst, vielleicht hätte da mal einer drüber nachgedacht, wie viele Marketingkosten sind in einem Auto drin? Mehr als 50 Prozent. Also, versteht ihr, was ich meine? Also, das heißt, da gehört auch mal so ein bisschen, mach doch, schalt doch mal das Hirn ein, ja. Also da ist also auch eine ganze Menge mehr Background dahinter. Und aber auch da möchte ich wieder sagen, ich denke, mit Sicherheit hat auch da Emotomi nicht ganz, ganz super smart agiert, hat sich vielleicht auch ein paar Leute verlassen, die ihm da nicht so den ganz coolen Rat gegeben hat. Und natürlich, und wie gesagt, ich bin da auch durch, musst du da auch durch. Du musst wirklich, wenn du in die Immobilienvermittlung im großen Stil einsteigst, da musst du schon wirklich wissen, was du da machst, mit wem du da arbeitest, weil da kannst du halt ganz schnell dann in der Scheiße landen. Und da zeigt sich dann, und da zeigt sich, und das wäre jetzt sozusagen der Cliffhanger an der Stelle, jetzt wird sich zeigen, ist der Emotomi ein Ehrenmann? Ja, zieht der das durch? Kriegt der das geregelt, das ganze Thema? Holt er sich die richtigen Leute an Bord, die ihm helfen, die ihn unterstützen? Unter der Voraussetzung, das ist natürlich, ist so, wie du es beschrieben hast? Genau, und wenn er da das Ganze, ich sage mal, die Leute wirklich da mit denen ins Gespräch reingeht, dann kann man das vernünftig regeln, das Ganze. Und für die andere Seite der Medaille, liebe Leute, egal was ihr macht, wo steht das geschrieben, ist eine wichtige Frage, bei allem, was man tut. Und die andere Sache ist, fangt an, bitte Verantwortung zu übernehmen für euer Leben. Egal ob Immobilienmakler oder Käufer von einer Immobilie oder überhaupt fürs ganze Leben, übernehmt Verantwortung und hört verdammt nochmal aus, immer andere zu beschuldigen. Nochmal, Betrug ist Betrug und wird rechtlich geahndet, das ist eine andere Hausnummer, aber trotzdem muss man Eigenverantwortung übernehmen und nicht einfach nur mit den Fingern auf andere Leute zeigen. Ich finde, das ist nochmal so eine ganz wichtige Sache und von der Presse würde ich mir wünschen, passt mal auf, hört mit euren Scheißer-Methoden auf und fangt endlich mal an, ordentlich und sauber mit offenem Visier draußen rumzulaufen und nicht mit solchen miesen Strategien und mit so miesen Taktiken zu agieren. Ja, weil, ich sag mal, es ist Zeit aufzustehen, weil die Presse ist nicht korrekt, ist nicht sauber und das hat auch schon gar nichts mit investigativen Journalismus zu tun, sondern es ist genau so Betrug, wie irgendwas anderes auch Betrug ist. Ja, weil es die Fehlleitung ist, es ist einfach eine Fehlleitung. Es ist einfach nicht korrekt. In dem Sinne. Genau so ist es. Ciao. 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 Ciao.